Katalog Nummer 13, wie ging Gürt von der Wächtermark? Dieses Hengstfohlen ist am 9. Mai als Rappe geboren, wird aber wie schon gut sichtbar ein Schimmel werden. Seine Mutter ist die Stute Wurtis Frau Nedrycheb, eine Tochter des Hengstes Gauri Frau Ösholzschäulel. Der Vater von Wikinggür ist der Elite-Hengst-Quaikgür Frau Stamkerleig-Echt. Hier sehen wir ein typvolles, fünfgang veranlagtes Fohlen mit sehr viel Naturtölt, lockeren Trab und viel Fluss im Bewegungsablauf, dabei geschmeidig bei mittlerer Aufrichtung. Ein gut entwickeltes Fohlen im mittleren Rahmen, mit kräftigen Gelenken, guter Bemuskelung und korrekter Stellung. Wikinggür hat einen bemerkenswert mutigen, unkomplizierten Charakter, ist gelassen und aufmerksam und in verschiedenen Situationen sehr kooperativ. Wikinggür hat einen bemerkenswert, Betrug ist eine Bemerkenswert undappe Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020